Jetzt laufen wir erstmal im Schirm wieder zurück, ich glaube nämlich wir haben was schönes gefunden. Hoppala. Und zwar, hätten wir... Haben wir Silbererz gefunden? Ups. Äh, so wollte ich machen. Äh, halt mal. Ist denn der Reparateur hier? Da sind die Konen. Erstmal das sind die Konen. Ähm, können wir doch nicht machen. Ah, verdammt. Das wollte ich noch holen. Ähm, was könnten wir denn trotzdem machen? Das Draht. Oh, diese Scheiße, die Kronen. Fuck. Ist ohne Ende. Das heißt, wir machen uns jetzt... Ups. Das geht auch nicht. Ah, GG. Hab ich davon nix gefunden. Ach, ich komm immer auf Escape. Ah, dafür brauchte ich... ...viele? Ja. Okay, komm. Ein mehr Titanen, wir bräuchten irgendwie... Weiß auch nicht. Wo gehen wir denn hin? Komm mal. Was ist das? Ah, okay. Hast du jetzt noch Metallschrott? Das kann man auch scannen. GG, dann nehmen wir das mit. Da sind ein paar Steinchen zum Kloppen. Oh, nochmal Titan. Wieso wollen wir das haben? Wo bist du Schwein? Da hab ich dich aber wenigstens gescannt, wa? Wo ist jetzt mein... ...Hut hin gefallen? Toll. Was ist los? Irgendwas, ich hab jetzt gerade wieder nicht aufgepasst. Irgendwie hilft die Alte ein bisschen. Wui! So, da ist noch ein Steinchen. Was? Was haben wir denn überhaupt noch? Ah, oh. Das sieht nicht gut aus. Ich schmeiß mal da... Kann ich hier nicht einfach welche... Ah, fallen lassen. Oh, das... Das sieht gut aus. Da wollen wir hin. Puh! Da war ein Fischi. Oh, ja. Hier. Was ist das hier? Ob ich den Ding. Hm? Guck mal her. Wir werden doch mal kippen. Oh, kitzelt dich das, oder was? Ja, das sieht doch schon mal gut aus, aber warum sind denn da keine Früchte hier dran? Oh, da unten, du. Oh, oh. Alter, erschrecke ich mich da jedes Mal, oder was? Na, gerne noch ein paar von mit. Wird voll toll. Alter, ist das so schwer, oder was? 30 Sekunden. Huh! Was war das? Ich will doch nur nach oben. Oxygen. Ja, ich weiß. Oh. Komm, 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 komm. Okay. Das Fisch will ich mir jetzt nochmal angucken. Ui! Was ist das? Vielleicht nicht mehr? Hab ich schon? Weiß ich nicht. Oh, da, da, da. Den wollte ich. Komm. Scannen. Ich bin schon weg. Meine Angst. Oh mein Gott. Schon wieder knapp, oder? Ne, das geht noch. Es geht noch. Wir haben jetzt aber die Sachen, die wir wollten, glaube ich. Damit könnten wir jetzt schon Sachen machen. Hm, das muss ich liegen lassen. Kein Platz. Hör auf, du Gasopot. Hör auf, du Gasopot. Hör auf, du Gasopot. Hä? Lass mich runter. Zadap, zadap. Erstmal bauen wir uns jetzt ne Kisse. Prost gleich. Geht das wirklich nur nach draußen? Vielleicht deswegen. Vielleicht sind die deswegen weg gewesen. Kann das auch sein? Weiß es nicht. Wir müssen hier erstmal ein bisschen Platz schaffen. Ah, ich kann das einfach so machen. Warte, das nehmen wir noch mal kurz mit. Aber auf jeden Fall brauchen wir gewisse Platz. Und dann machen wir uns auf jeden Fall Silikon-Gummi. So, die Sekundendinge haben wir jetzt gemacht. Machen wir uns jetzt erstmal Paddels. So ein bisschen schneller. Hoffe ich. Wir können ja zu viele Daten im Gegens. Wir können ja zu viele Daten im Gegens. Messer. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxis Prime. Weapons were removed from standard survival blueprints. Mh, lol. Computerchip. Wie bauen wir den Computerchip? Ehm. Das sind diese Tischkorallen, die haben wir schon gesehen. Kupferdraht konnten wir eben schon machen. So, wie viel Kupferdraht ist das denn? Ja, wo war das denn jetzt? Wo war das denn jetzt? Wollen wir jetzt machen? Ach, scheiße. Vielleicht brauchen wir das noch gar nicht. Computerchip, Kabelsatz. Silber, jetzt haben wir noch nicht. Kupferdraht könnten wir machen. Machen wir mal einen Kupferdraht. Lischkorallen brauche ich hier. Okay. Jetzt brauchen wir hier noch Glas. Genau. Einmal noch Titan. Da wieder sind Silbererz. Wo finden wir den Silbererz? Das ist jetzt die Frage. Mh, 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 mh. Und ne. Und ne. Mh. Was wollte ich gerade noch? Dieses Menü macht mich fertig. Ich weiß es nicht mehr. Also, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch Silbererz, Titan und die Tischkorallen. Okay. Die haben ja ein Reparaturwerkzeug. Au. Du. Ich komme hier übers Heilemann. Oh, lol. Oh, lol. Nice. Umgebungsscannen. Ja, alles klar. Kann das auch reparieren, ne? Oh, lol. Was passiert hier? Okay. Okay. Was wir gekriegt haben. Was wir gekriegt haben. Wir müssen, äh, neun, 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 neun Stunden. Alles klärchen. Alles klärchen. Wir müssen diese Sachen jetzt finden. Äh, unsere Rettungskapsel ist heile. Das finde ich schon mal gut. Reparaturwerkzeug packen wir erstmal hier rein. Ähm, Feuerlöscher können wir ja auch erstmal wegpacken. Späfel kann hier rüber. Das packen wir hier auch eigentlich gerne. Aber das passt nicht mehr. Nehmen wir das, packen wir das Glas. Und nehmen das, packen wir das da rein. Und die Konkommi würde ich auch schon gerne versteckt haben. Das heißt, so, ne? Ähm. Das benutzen wir auch. Das benutzen wir auch. Das benutzen. Das heißt, wir können noch was rüberpacken. Äh. Gold. Ach, das ist Gold. Ich dachte, ich habe Dingens gefunden. Was ist denn hier? Warum Inventar? Irgendwas Neues. Dauerstoff. Oh. Ich brauche noch eine Sache für den Seegleiter. Ich habe auch nicht was hier neu ist. Ach da. Schmierstoff. Immer will ich Escape drücken, ne? Was haben wir denn hier noch so? Einheiten Nebensäulen, Fortgeschrittene Theorien. Da haben wir, glaube ich, erstmal gar nichts von. Rettung. Unwahrscheinlich. Ja. 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 Nein. Ja. Ja. Gucken, dass wir den Anzug bauen oder was Aber wo kriegen wir den her? Haben wir den nicht? Nein, nicht Nein, nicht Das war's für heute. Schön, alles mitnehmen. So. Was ist das überhaupt? Soll ich erstmal rechnen. Ich bräuchte noch hier irgendwo Schrott liegen oder so. Nein. Komm. Ja. So. Spann dich Bruder. Ja. 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 Wir bräuchten irgendwie... Kupfer, sondern... Wir müssen mal gucken, wo ich das herkriege. Ich glaub ich hab nicht alles. Aber... Ich nehm so ein SMS rein. Ja. 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 Ja.